Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich wieder drei Top Aktien für euch dabei und wir gehen hier wie immer auf die aktuellsten News ein und dann schauen wir uns auch von allen drei natürlich den Jahreschart zusammen an und ich gebe so ein bisschen meine eigene Einschätzung bzw. meine persönliche Meinung dazu ab. Ja, dann würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mal direkt und zwar mit dem ersten Unternehmen Plug Power. Ja, und zwar ist hier eine sehr, sehr spannende Woche gewesen. Was ist passiert bei Plug Power? Auf jeden Fall schaut es wieder sehr, sehr erfreulich aus. Allgemein, was die Themen grünen Wasserstoff angeht und der Wasserstoffsektor ist einfach wieder deutlich freundlicher geworden. Man möchte das Ganze hier viel, viel schneller vorantreiben als vorher gedacht. Und man macht jetzt hier auch mit Plug Power in Deutschland weiter. Und zwar ist es so, in Duisburg hat Plug Power am letzten Wochenende das neue Logistik- und Servicecenter vorgestellt. Hier soll eben zukünftig weiter an der Wasserstofftechnologie geforscht und entwickelt werden. Und damit baut hier Plug Power die Kooperation aus und erweitert auch so ein bisschen die Sichtbarkeit als starken Player hier im Wasserstoffsektor. Und die Plug Power-Aktie ist auch aus technischer Sicht besonders interessant. Hintergrund ist, dass Plug Power sich in den letzten Wochen in der Akkumulationsphase befindet. Und die massive Unterstützung hier im Bereich der 18,50 Dollar Marke ist standhaft geblieben. Und ja, Plug Power-Aktie konnte hier kontinuierlich an Wert zulegen. Zuletzt ist sie hier an der 26 Dollar Marke abgeprallt. Weil mittlerweile steht es sogar darüber, da kommen wir aber nachher gleich, wie gesagt, im Chart auf jeden Fall drauf. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, ob der Widerstand auch nachhaltig überwunden werden kann und nicht wieder drunter rutscht. Das ist hier eine ganz, ganz wichtige 200-Tage-Linie, an der wir stehen. Aber wie gesagt, die News sind schon mal sehr, sehr gut. Man baut hier in Deutschland auch das Ganze weiter aus. Und man sieht, dass Plug Power hier weiter expandiert. Dann kommen wir hier auch schon zu den zweiten News und da eben zu Ballard Power. Hier muss man sagen, hier sind wirklich katastrophale Zahlen rausgekommen. Da war auch die Aktie so ein bisschen unter Druck. Sonst kann man sagen, auf die letzten Wochen gesehen ist die Aktie zwar schon wieder gestiegen, aber wir befinden uns hier immer noch auf relativ niedrigerem Niveau. Das schauen wir uns nachher auch hier im Chart zusammen an. Nun, insgesamt erzielte Ballard Power hier im vierten Quartal ein Umsatzwachstum im Jahresvergleich von 28%. Das ist schon mal jetzt das einzig Positive, auf insgesamt 36,7 Millionen Dollar. Damit haben sie auch die Schätzungen übertroffen. Die lagen bei 26 Millionen, wie gesagt, 28 Millionen Umsatz haben sie erreicht. Enttäuschend allerdings war der Gesamtumsatz von nur 104 Millionen Dollar im Geschäftsjahr 2021. Damit haben sie nur minimal mehr als in 2020 erwirtschaftet. Also zwar ein kleines Plus, aber nur minimal. Und hinzu kommt ein Verlust, der mit 114 Millionen Dollar ungefähr 130% höher ausfällt als noch im Vorjahr. Das heißt, man ist 130% nicht profitabler geworden. Ist für mich aber auch noch einigermaßen normal. Es ist schon ein Punkt, den man auf jeden Fall anschauen muss für die Zukunft. Und da würde ich momentan eher Plug Power vor Ballard Power sehen. Ich persönlich, man muss sich das einfach weiter verfolgen, wie die Zahlen dann dieses Jahr ausschauen werden. Weil für das laufende Geschäftsjahr erwartet Ballard Power Gesamtbetriebskosten von 140 bis 160 Millionen Dollar. Ursprünglich waren eigentlich nur Kosten in Höhe von 102 Millionen Dollar veranschlagt. Und auch die Investitionsausgaben sollen ebenfalls von zuvor 14 auf bis zu 60 Millionen Dollar steigen. Also das ist das Vierfache fast. Aber für mich ist auch wichtig, wo wird es investiert. Also wenn das Ganze für die Expansion und für den Ausbau der Anlagen geht und es dann im Umkehrschluss in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahrzehnt profitabel wird und sehr stark profitabel wird, dann kann sich das Ganze natürlich rentieren. Und dann sind die Zahlen jetzt einfach momentan nur Augenwischerei. Deswegen muss man es auf jeden Fall beobachten, aber die aktuellen Zahlen schauen zumindest nicht ganz so stark aus. Muss man wirklich so sagen. Ja und dann springen wir auch erstmal weiter direkt zu den nächsten News. Und da eben hier zu Nordex. Und Nordex steigert hier den Umsatz und will auch weiter profitabler werden. Ja, Nordex peilt für das neue Geschäftssetz dieses Jahr bei Umsatz und Rendite mindestens hier das Vorjahresergebnis an. Die Erlöse sollten bei 5,4 bis 6 Milliarden Euro liegen. So haben sie es hier zumindest selber auch mitgeteilt. 2021 hatte Nordex hier den Umsatz um 17% auf 5,4 Milliarden Euro gesteigert. Das ist sehr, sehr gut. Und die EBITDA-Marge soll in der Bandbreite von 1 bis 3,5% ungefähr liegen. 2021 war sie unter anderem wegen höherer Kosten auf 1% von 2% gesunken. Also das heißt, 2021 lag man hier nur bei 1% und für dieses Jahr peilt man 1 bis 3,5% an. Ja und damit erzielten sie eben hier im abgelaufenen Jahr ein EBITDA von gut 52 Millionen Euro. Das Konzernergebnis allerdings, das sank auf minus 230 Millionen Euro. Im Vorjahr stand noch ein Verlust von 129,7 Millionen Euro zu Buche. Nordex macht dafür vor allem so ein bisschen gestiegene Transport- und Rohstoffkosten verantwortlich, die ja wirklich in die Höhe geschossen sind und auch wirklich explodiert sind. Mittelfristig werde aber weiter eine Marge von 8% angepeilt. Das ist für mich völlig in Ordnung. Wie gesagt, man wird weiter steigen und gesamt kann man sagen, hier einfach die erneuerbaren Energien, also Wasserstoffsektor und auch hier der Windsektor, die werden auf jeden Fall, glaube ich, einiges passieren in den nächsten 10 Jahren. Und deswegen habe ich euch heute auch mal hier die drei rausgepickt, weil es einfach drei erneuerbaren Energien sind und einfach auch drei sehr spannende Aktien, die man ja doch immer wieder verfolgt hat. Schreibt mir jetzt gerne in die Kommentare, welche von den dreien ihr vielleicht im Depot habt, ob ihr irgendwelche bespart oder auch zugekauft habt oder auch auf der Watchlist habt oder auch wo ihr sagt, nein, da lasse ich momentan die Finger davon, gern unten in die Kommentare schreiben, würde ich mich natürlich mega freuen drüber. Ja und dann fangen wir jetzt auch an mit den Charts. Und zwar gehen wir hier zuerst bei Plug Power rein. Auch heute wieder erfreulich, ein Plus von 1,06%. Wir stehen aktuell bei 25,70 Euro und wir können hier den richtig schönen Aufschwung wieder erkennen. Wir sind von knapp 16,50 Euro hier wieder massiv angestiegen. Wir hatten zwar mal immer wieder kleine Rücksetzer, aber wir haben es in erster Linie geschafft, die 50-Tage-Linie zu knacken und dann sogar die zweite Hürde hier über diese 26 Dollar, also umgerechnet über knapp 25 Euro, konnte man hier drüber kommen. Das ist hier die ganz, ganz wichtige 200-Tage-Linie, die hier eben im Bereich um 25 Euro verläuft. Es scheint so, als sollte die halten oder beziehungsweise es konnte aber den Widerstand durchbrechen. Falls das Ganze jetzt nachhaltig ist, dann haben wir hier auf jeden Fall den nächsten Boden an der 200-Tage-Linie. Das ist dann eine ganz, ganz starke Unterstützung. Im Jahreshoch sind wir hier bei 39,08 Euro. Da ist man mittlerweile gar nicht mehr ganz so weit entfernt. Wie gesagt, man konnte sich jetzt hier vom Jahrestief lösen und ich glaube, Plug Power könnte so die nächsten Jahre wirklich weiter anrollen. Ja, und dann springen wir auch direkt zu Ballard Power über. Auch heute hier ein kleines Plus von 0,8%. Man muss auch immer sagen, wenn der Gesamtmarkt oder der Wasserstoffsektor hochgeht, zieht es natürlich die meisten Wasserstoffaktien oder auch gerade die größeren mit. Und hier muss man eben sagen, das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, man konnte sich natürlich trotzdem hier vom Jahrestief bei 7,64 Euro ganz klar lösen. Wir stehen wieder bei 10,65 Euro. Das heißt, es ist ein Kursplus von 50%. Aber wir hatten hier eben bei den Zahlen deutlichen Rücksetzer erstmal. Da ging es, glaube ich, um knapp 20% runter. Aber die Aktie hat sich wieder ganz gut eingependelt, wie ich finde. Und wir stehen auch weiterhin über der 50-Tage-Linie und pendeln jetzt, glaube ich, so zwischen 250-Tage-Linie. Der nächstgröße Widerstand liegt hier eben an der lilanen Linie knapp über 12 Euro. Sollte man hier das Ganze wirklich überwinden und auch nachhaltig, wie gerade auch bei Plug Power, dann bildet das wieder die nächstgelegene Unterstützungszone. Ja, aber hier muss man wirklich die Zahlen im Blick behalten. Man sollte natürlich in Zukunft profitabel werden. Man muss so ein bisschen auf das Management achten oder was hier für Aussagen getroffen werden, für was die Investitionen sind und was auch einfach so der Plan für die Zukunft ist. Das ist für mich persönlich immer ganz, ganz wichtig, wie so ein bisschen die Zukunftsaussichten sind. Und dann schauen wir uns eben zu guter Letzt noch Nordex an. Da ging es heute massiv nach oben, liegt einfach an den guten Zahlen beziehungsweise auch dem Ausblick, der gestellt wird. Wir haben hier einen Plus von 6,29 Prozent, stehen bei 15 Euro aktuell, konnten hier jetzt auch wieder die 50-Tage-Linie nach oben knacken und uns auch vom Jahrestief bei 11,78 Euro wieder lösen. Davor gingen sie hier nach einem enormen Anstieg einfach mal wieder in eine Konsolidierungsphase. Und jetzt ist so ein bisschen der Angriff auf die 200-Tage-Linie, wie man sehen kann. Sollte die Aktie nach unten abprallen, dann könnten hier nochmal bis auf die 50-Tage-Linie laufen. Sollte sie hier die 200-Tage-Linie durchbrechen können, dann haben wir hier erstmal so eine nächstgelegene Unterstützung und man muss einfach schauen, wie es weitergeht. Aber das Zahlenwerk hat hier positiv überrascht, deshalb heute auch ein Plus bisher von 6 Prozent. Ja, und das war es jetzt soweit von meiner Seite und wenn euch mein Video, mein Kanal jetzt gefallen hat, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da und aktiviert gerne die Glocke, um hier keine News und kein Video mehr zu verpassen. Würde mich natürlich wirklich mega freuen an dieser Stelle. Ja, das war es von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag, freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!